Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Terrorist Town, Trouble in Terrorist Town mit Crazy People, mit DJ Fishkop, Dalukat, Mavzockt und Crabsworn und Grenz. Und wir sind im Hello Kitty House. DJ Fishkop. Ich hab hier ein Geschenk für dich. Oh, ich merke jetzt erst, dass ich unglaublich klein bin. Dalukat, kannst du mir sagen, wo ich auf diesem Map hier Waffen habe? Sehr selten. Warte, komm mal, mit der Detective ist hier unten, glaube ich. Wer ist Detective? Fischkop, Fischkop, wo bist du? DJ, 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 Fischkop, DJ, was ist DJ? Nee, Fischkop ist ja Detective. Ich bin Inno. Ich hab hier unten ge... Fischkop ist Detective. Ja, und ich bin bei... Bei mir, ich bin das. Hallo, cool. Jetzt rale ich die Map. Hi. Ich würde nicht bei Dalu bleiben. Das ist ja saugutig. Renz ist Traitor. Guck mal, Grends. Ist das schon wieder, oder was? Ich bin Traitor, Fischkop. Ich bin bei Dalu, Fischel. Ich bin auch bei C-Shel. Bude, äh, Bude, wer hat denn noch? Ich bin bei Grends, mehr sehe ich nicht. Bitte tötet den Opa nicht. Nein, Hanno. Er ist unten. Geh doch nach unten, komm. Äh, okay, Dalu hat Fischkop getötet. Dalu hat Fischkop getötet. Dalu ist böse. Da, hinter dir. Dalu ist immer böse. Wo, 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 wo ist er? Da kommt DJ und DJ. Er war innocent. Geil. Also, Dalu ist hier oben irgendwo. Lüge. Und Dalu ist wie immer böse? Naja, klar. Nein, nein, ich bin, Fischel, mir kann zu vertrauen. Ja, natürlich. Da oben ist er. Er zielt auf mich, da oben. Hätte ich jetzt den Ventilator getroffen, der wäre Fischel tot gewesen. Das wäre der Hammer. Das geht dich gar nix an. Wer lebt denn? Oh, was erlebt? Hätte ich ihn gekriegt. War irgendjemand am Leben? Ich. Oh, Mann. Ach, Krebs lebt auch noch so'n Scheiß. Ja. Ich hab nicht mehr viel HP. Das ist Zischel. Zischel, ich bin Inno. Zischel, du kannst mir vertrauen. Deswegen hast du auf mich geschossen. Vertraue niemals einem Dalu, merk es dir. Alter, Dalu. Und ich sag noch, ich bin in Taktiv, ich bin bei Dalu. Nee, ich hab ja gesagt, das ist Dalu. Bei Dalu ist es aber gut. Ich denk, das ist okay, aber bei Dalu ist es nie gut. Ich sag es doch, du bist die ausgeburte Helle. Egal, was er ist. Von wem ist, äh, war DJ grad vor Dalu abgehauen? Oder was war da los? Nein, ich hab mit ihm episch duelliert, bin rückwärts gelaufen und dann runtergefahren. Ja, episch duelliert. Ich hab gesehen, dass hinter dir ein Abgrund war. Musste ja gar nix mehr tun. Die Map ist so krass. Dalu, wie weg. Ich hab nur ne Crowbar. Dalu, wie weg. Hier ist schon einer tot. Zweimal Traitor hintereinander hab ich ausgestellt, das geht nicht. DJ ist schon wieder tot. Ja, ich bin wieder runtergefallen. Ich schau jetzt einfach auf DJ ein. Ah, scheiße, nein, 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 nein. Fischkopf ist tot. Geil, endlich hab ich ne Waffe. Danke, Fischkopf. Ich wollte da jetzt auch. Fischkopf war Traitor. Fischkopf war Traitor, dann gibt's also zwei Traitor wieder, ja? Ja, Dalu zielt auf mich. Achso, ich hab ne McTenner, weil der war ne Fischkopf, ja. Und das ist kein Marf. Ich hab keine Waffe. Ich hab auch keine Waffe. Wer ist Detective? Marf? Hier, Krebs und Leib. Wo denn? Ja, Marf. Marf, wo bist du? Marf, wo bist du denn? Nein. Marf, hier ist Fischkopf. Marf, kannst du mir ne Heal Station geben? Nein, Marf, machst du nicht. Marf, hast du ne Heal Station? Achso, ja, ne Pistole hatte ich, aber ich will nicht so was Kleines. Ich hab Angst, Dalu ist da schon wieder, Alter. Marf, wo bist du? Marf, wo seid ihr denn? Ich hab keine, ich muss erst einen Traitor erschießen, damit ich ne Heal Station geben. Ja, aber das geht dann, toll, dann ist die Runde ja vorbei. Ich hab doch Fischkopf grad schon getötet. Erlaubt ihr mir kurz zu schießen, ohne dass ihr mich danach sofort tötet? Auf wen denn? Ich will auf niemanden, ich will nur wissen, wie sich diese Waffe anhört. Ja, mach mal. Okay. Sischl, schieß! Sischl, ist es. Ihr seid so blöd. Entschuldigung, ja, sie ist nicht so langsam wie ne Shotgun. Und, wuuuuhu. Na? Wollen wir ein bisschen joggen gehen? Ich bin, ich hab ne Mac 10 und 11 HP, ich bin keine Bedrohung mehr. Wie du hier Fischkopf schämmelst. Ich hab 4 HP und hab ne Mac 10. Grants will Fischkopf wieder bringen. Magst du, dass wir noch ein bisschen etwas machen? Kannst du mir nicht ne Heal Station geben? Grants trägt hier den einen Traitor weg. Ja, ich seh's, ich will nicht mehr da her. Ja, ja, aber guck mal, geht nach oben. Grants ist der andere. Kann nicht so schnell laufen. Er schmeißt ihn in die Mausefalle. Da kann er nicht wiederbelebt werden. Das ist nur Ablenkung, das ist nur Ablenkung. Wieso ist Dalu eigentlich fast tot? Weil Grants mich angeschossen hat. Ja, der ist auch runtergefallen. Ja, merkt er, Grants ist die ganze Zeit bei Fischkopf. So, jetzt will ich mal sehen, wie der hier... Wo ist Fischkopf eigentlich? Hier, er liegt doch hier. Der chillt hier. Guck mal, wie er da beim Käse chillt, ey. Lass mich mal rein. Wenn nicht, Achtung, Grants schießt mich jetzt gleich über den Haufen. Ja, ich kann nicht. Ich könnte es auf der anderen Seite. Tragisch. Tötet Dalu, er blockt den Käpt'n. Kann man eigentlich in jeder Map, wenn man tot ist, Gegenstände steuern? Oder ging das jetzt nur vorhin? Ne, es geht auf allen. Ah. Zischel, ey. Vielleicht ist ja nicht. Vielleicht lebt Fischkopf irgendwo als Gegenstand weiter. Man kann bestimmt so ein Hostet steuern, wenn man tot ist. Das wäre auch lustig. Dalu hat schon wieder geschossen. Was heißt denn schon wieder? Definiere schon wieder. Ich weiß nicht, ich glaube, du hättest schon mal geschossen. Hätte das nicht gefasst. Ich glaube, Dalu ist Traitor. Wo ist Dalu hin? Er liegt ja nur noch 4 HP. Und Dalu hat sich verkrümelt. Ich sehe Dalu. Gwens, schießt das frei. Wo ist denn Dalu? Das kennt man. Dalu ist plötzlich irgendwann einfach ruhig und weg. Da wurde auf jemanden geschossen. Ich habe Dalu geschossen. Weil Dalu auf unten auf irgendwann geschossen hat. Deswegen habe ich ihn abgeknallt. Okay, ich glaube, es ist Crabs. Tischel ist gerade in die Mausefalle rein. Ich habe doch gerade Dalu gekürtet. Ja, weil ich dachte, Dalu wäre hier. Wo ist Dalu denn nun hin? Dalu ist tot. Ich bin auf diesen, keine Ahnung. Wo ist denn bitte oben drauf? Oh, scheiße. Ich bin abgestürzt. Ich bin tot. Okay, dann war er es auch nicht. Ich dachte, Dalu ist tot. Da muss es ja DJ sein. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Nein, DJ muss es nicht sein. Marv, töte DJ. Nein, hier liegt eine Leiche. Ich glaube, warte, ich gucke erst, wer das ist. Ist es Dalu? Es ist. Seashell ist hinter ihm. Ich kann ihn irgendwie nicht. Warte. Nee, es ist Crabs. Liegt da. Ja, und Dalu ist auch tot. Und Zischel steht bei mir. War Crabs nicht? Dalu ist auch tot. Wie kommt Crabs denn? Ist er durch die Wand gebackt? Ich war ja nicht in der Mausefalle. Warte, da oben steht. Jemand. Gwen steht da oben. Ja, aber Marv hat mich im Visier. Der Detective hat mich im Visier. Und Dalu ist, ach, Dalu ist, okay. Dalu ist oberhalb von Marv. Da drüber. Wo ist Zischel? Da hat er gar nicht sprechen, verdammt. Warte, ich komme dahin, wo alle sind. Moment. Gib mir einen Moment. Seid ihr hier? Ja, es sind gerade alle noch anders. Marv, wen wollen wir töten? Nein! Zischel oder DJ? Zischel oder DJ? Wer von euch Inno ist, der kann den anderen killen. Okay. Alter! Wer war's jetzt? Wie vertrauenswürdig ich bin, ey. Wie geil. Zischel war's. Mist. Ich renne da unten bei der rum, die könnte Traitor sein. Crabs, warum schießt du auf mich? Ich hab auf den Ventilator geschossen. Da war Gefahr im Verzug. Hey, ich hab's immer hingekriegt, dass Dalu nicht verschießen. Was geht hier ab? Alter. Ach, Fischkopf ist genau zum runden Anfang. Ganz genau pünktlich heruntergefallen. Eine Sekunde früher und er wäre wieder respawned. Das war super. Irgendwer hat mich geschubst. Ja, ja, das war... Ey! Ich kann schießen. Wow, 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 wow. Ich brauch eine Waffe. Oh mein Gott, ich werd verfolgt von Fischkopf. Wollen wir ein bisschen Fernsehgucken? Übrigens, Mäcki... Oh, Fischkopf ist fast in die Mausefalle getroffen. Fischkopf, setz dich hin. Entspann dich, Mann, bitte. Marv ist bei mir, wenn ich nichts mehr sage, ist es Marv. Wir schauen uns mal an den Fernsehen an. Kann mich zufällig irgendjemand feiern? Ich weiß ständig, irgendwo unter. Okay, Zischel ist es. Alter, wo gibt's denn die Waffen? Ich hab nur noch die Freizeit. Ich hab nur die McTen. Die sind da alle im Puppenhaus. Oh mein Gott, das ist sauber, da ist ja die... Pass auf, Gramps auf. Das ist jetzt, ich bin bei Krabs auf. So, Fischkopf ist das okay. Ich glaub, Gramps und Marv sind, sie sind bei mir hier alleine. Wir sollten mal so einen Sean aufnehmen. Ich hab schon einen Fernseher, ich hab schon einen Fernseher. Was? Ich bleib bei Krabs jetzt. Gramps ist sehr verdächtig. Er nimmt dem Detektiv den Fernseher weg. Ja, du musst mal ein bisschen besser aufpassen. Komm schon. Marv... Ja, was ist denn? Wir müssen mal einen Song aufnehmen. Hier liegt ne Leiche. DJ Fisch, nicht nur eine. Hier. Ja, es geht so. Wo ist sie hier, verdammt? Gramps hat sie. Gramps schubst Marv mit der Leiche. Gramps, ich baller dich gleich ab, wenn er sich aufhört. Oh Mann, warum denn? Hier ist Zischel. Lasst ihr mich runter? Da ist gar kein... Vielleicht. Ich hab nur noch 37 Leben. Oh oh, Dalu war, glaub ich, im Detektiv-Menü. Könnt mich bitte irgendwer heilen. Super Leiche. Das wär voll schön. Wo sind denn alle? Da oben fliegt ein Stuhl. Das war ein Stuhl. Ich hab ein CT gefunden. Er war Traitor. Komm ich hier hoch? Du hast wen gefunden? Hm, Counter-Terrorist. Pass auf, ihr da drüben, ihr kriegt ein Fernseher von mir geschenkt. Ich glaube, sie geht's ja auch nicht weiter. Ich hab den Counter-Terrorist. Ich geh jetzt da hoch. Marv ist im Traitor-Menü gewesen. Töte ihn. Im Moment lebt noch jeder, oder? Das könnte... Er war ein Traitor-Preise. Hör mich, 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 hör mich. Hör auf, hör auf mich zu schießen. Zischl, hibst du noch? Okay, Krabs hat Zischl getötet. Krabs hat Zischl. Schwachsinn. Okay, ich guck mal nach. Wow, hier wurde die AWP. Da eine AWP hat der Marv da ausgepackt, ey. Alter Vater, du. Gegen dich zu kämpfen ist irgendwie sinnlos. Die scheiß Mac-10, ey. Ist deine Pistole noch besser. So, jetzt will ich mal Traitor sein, bitte. Oh, Krabs hatte gerade ein blutiges Ausdruck. Ja, ich auch. Ich habe die Shotgun, nimm ich. Ich habe auch eine Shotgun, nimm ich. Ich bin bei Grants. Ich bin's wirklich. Du bist wirklich Grants? Das geht doch gar nicht. Ich bin's auch. Ihr habt mich erkannt, Leute. Ihr habt mich erkannt. Ich will eine Waffe haben. Autogramme gibt es später. Auch eine Waffe. Wo kriege ich die Waffen her? Du Trader-Menü. Na ja, okay. Nein. Ich sehe Marv da drüben. Wenn ich es jetzt werde, ist Marv sofort tot. Oh, shit. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Alter, du stehst im Weg, man. Marv, ich bin's wirklich. Tut mir leid für dich. Ich bin's langweilig. Wer schießt? Oh, nein, ich bin's nicht. Marv, ist die? Ist man tot? Ist man tot? Ist man tot? Sischl läuft nicht her. Hey, hier war ich noch gar nicht. Warum muss es... Ah, da schießt jemand auf mich. Mit einer AWP. Hier ist eine Leiche. Warte mal, ich gucke mal. DJ, DJ ist es. Da schießt jemand. Grabs ist tot. Warum bin ich... DJ ist es. Ich bin Detective, Leute. Oben liegt eine Leiche. Oben an den Büchern. An den Büchern. Achtung. Ich hab nicht mal an AWP. Nein, Grants. Ja, Grants war inno. Und DJ hat ihn erschossen. Ich war mit Zischl unten in diesem Schacht und bin gerade eben erst da unten rausgelaufen. Ah! Ja, und danach hast du dann da rumgeballert und dann ist wer gestorben. Zischl ist hier bei mir und warte, liegt Fischkopf da unten. Geh weg, du willst mich sowieso nur töten. Wenn Fischkopf da unten liegt, dann warst du es. Der hat gerade geschrien. Die schießt auf mich. Zischl! Geile Aktion von Martin. Er war genau über dir da. Ich hab Martin gesehen. Das war so geil. Warum waren wir denn plötzlich beide tot? Es war alles perfekt. Erst kill ich Krabs, weil er keine Waffe hatte. Nee, mich. Nee, ganz am Anfang hab ich Krabs gekillt. Ah, okay. Ich hatte ne Shotgun und bin einfach Krabs hinterhergerannt und ich dachte, wenn ich Traitor bin, drück ich direkt ab. So, Traitor, zack. Marv, wieso dachtest du, dass ich es bin? Weil ich ne AWP gehört hab, du hattest so ne lange Waffe in der Hand. Was war'n das? Das war ne M16. Ne ganz lange Waffe. War das meine Waffe? Und wo hockte Marv denn dann? Es war alles perfekt. Es war so schön. Gibt es hier eigentlich Waffen, oder nicht so gerne? Das ist ein Traitor-Menü. Puh, was liegt denn hier? Hallo? Was war das? Ah. Folge mir. Ihr tagt mit mir. Ich bin ihr tagt mit bei DJ. Eee! Irgendjemand hat grad... Grenz, Grenz hat geschlagen und hat mir ne Crowbar geschlagen. Irgendjemand hat zugehauen. Grenz war das. Warum lachen wir? Ich find das nicht witzig. Müssen wir Grenz töten? Warte, 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 alle nach unten, alle nach unten. Krabs is it. Gib mir einen Moment, ich brauch noch ne vernünftige Waffe, die hier ist schön. Und jetzt sofort, wenn nicht auf den Boden kommt, der macht sich vernächtig. Wer ist denn da? So, ich geb euch noch 10 Sekunden, Freunde. DJ ist hier, Krabs. Und Marf ist durchgedreht. Dalu ist tot. Wo ist denn da los? Marf hat Dalu getötet. Das ist überhaupt nicht lustig. Doch, ich glaub, er hat den Newton-Launcher. Marf hat den Newton-Launcher. Er ist ein Player, ey. Wo ist Dalu denn? Er ist tot. DJ, Krabs und Zischel. Hey, da darf ich kurz schießen? Also nicht auf euch. Warum denn? Okay, die Waffe geht. Ja, sorry, aber die andere, die war eben scheiße. Also das letzte Mal, als Zischel eine Waffe ausprobiert hat, war sie Traitor übrigens. Nein, war sie nicht. Doch, war sie. Da war ich inno. Nein, war ich nicht. Doch, war sie. Davor hat sie eine Riffel und die Riffeln einfach scheiße. Wo wurde Dalu denn gefunden? Wer von uns lebt denn eigentlich noch von den Fischkopf? Ich werde ja gerade gar nichts. Marf, Alter. Ich mute dich gleich, ey. Das war so schlecht, Daluca. Das war so schlecht. Was ist denn passiert? Da ist Fischkopf. Ja, der Detective ist übrigens. Ah, ja, Fischkopf. Ah, von Crabschern. Okay, Crabs, Zischel. Hier lang und da rein. Da rein. Lebt DJ noch? Ja, ich leb noch. Ich glaube, es ist DJ. Der Dutra da ist Leiche. Warum ich? Ja, hier bei mir. Oh Gott. Was? Was? Was ist? Ich hab gefragt, ob wir hochgehen. Ja, 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 aber die anderen da. Ach so. Was war da für die Action gerade? Hier ist Blut. Da läuft einer, da ist einer runtergesprungen. Komme ich denn da rüber? Okay, also die jetzt nicht mehr reden und die hier aber treffen. Da ist er. Die sind's. Da ist Marf. Marf ist es. Oder? Da steh ich die ganze Zeit. Das da hinten ist Dalukat. Ich glaub, es ist Fisch. Ja, da hinten ist Dalukat, der ist tot und davor steht Marf. Okay, ich würd sagen, wir töten Marf, oder? Ihr habt recht. Es ist sehr eindeutig. Daluk ist Lidion und ich steh da neben. Und wenn ihr euch mal in der Aufnahme anguckt, dann wisst ihr, warum ich drei Minuten gemacht habe. Entschuldigung, bin ich jetzt hier, oder nein? Ich bin dafür, dass wir ihn töten. Zwischen ist es. Warum? Zwischen... Ah! Ihr siehst's? Guck da. Alter, Marf! Du willst es auf die harte Tue, ja? Das war jetzt irgendwie nicht ganz so... Das lief jetzt irgendwie nicht so wie geplant, würde ich sagen. Du Penner! Bist du der Einzige? Alter! Oh! Warum? Marf? Marf, du bist doch jetzt der Letzte mit mir, ne? Marf! Du nicht so! Du alte Kackbratze! Komm raus! Ah! Verdammt! Ey, was hat mich geschubst? Newpen Launcher. Nein, ich bin aber nicht runtergefallen, mich hat irgendwas geschubst. Du wolltest da rüber... Ich weiß nicht, da war keiner hinter dir. Niemand. Schau dir bitte meine Aufnahmen an, ich krieg auf einmal voll den Schub von hinten und spring da rund. Ja, bei mir hat auch mal wieder keiner zugehört. Ich sag nur, das ist DJ. Ja, irgendwas muss mich geschubst haben. Ohne Witz. Das sieht genauso aus an in meiner Aufnahmen. Auf einmal spring ich nach vorne. Nein, ich bin die Waffe. Okay.